Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Cointrend. Es ist Mittwoch, wir wollen wieder über die Kurse gucken. Morgen am Donnerstag um 19 Uhr gibt es wieder unsere Talkshow mit Lotte und mir zum Thema Kryptowährung als Bezahlungsmittel. Dabei unterhalten wir uns halt über verschiedene Währungen und wie viel Sinn es macht, das als Zahlungsmittel zu nutzen. Das gibt es morgen 19 Uhr hier auf YouTube oder auf Twitch natürlich. Ansonsten findet ihr Neuigkeiten wie immer bei uns im Discord. Will man über die Kurse gucken? Ich habe nämlich nicht ganz viel Zeit heute, aber bei Bitcoin können wir sehen, dass immer noch nicht wirklich viel passiert ist. Wir bewegen uns komplett seitwärts. Das ist wirklich nicht so spannend. Was man vielleicht sehen kann, einen Widerstand, den wir hier schon von dieser Seitwärtsbewegung hier haben, da kommen wir aktuell nicht drüber. Das ist ein negatives Zeichen, also solange wir hier nicht drüber kommen, sieht es dann immer mehr und mehr bärisch aus. Wir hatten die Versuche hier mit den Kerzen jeweils immer drüber. Klar, den Ausbrecher, der war ja newsbedingt. Dann haben wir hier jetzt wieder den Versuch gehabt, aber es ist auch wieder davon abgeprallt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist 6480 bei mir. Also so ungefähr in dem Rahmen bis 6500. Ganz wichtiger Widerstand. Und da müssen wir halt durchbrechen, damit es nach oben gehen soll. Ansonsten orientieren wir uns doch erst wieder eher wieder hier unten hin, 6050. Passiert aber nicht viel. Es geht komplett seitwärts. Dementsprechend ja nicht wirklich interessant und macht auch nicht wirklich Sinn zu traden. Dann gucken wir uns mal XRP an, weil es da Nachrichten gab. Wir hatten uns ja beim letzten Mal das Ganze schon angeguckt. Haben uns hier auch den Short ausgesucht, ja auch im Cointrend mit dem Test von dem Widerstand. Ging es dann auch wieder hier nach unten. Ihr seht es hier, schöne Bewegungen nach unten hin bis in den Bereich, was haben wir hier, 6800. Und dann war für mich so der Punkt, das Ziel war ja eher, zeige ich euch hier drüben nochmal, so in dem Bereich, 6750, also noch ein kleines Stück weiter unten. Dann gab es aber Nachrichten, wodurch ich sehr, sehr vorsichtig war und dann direkt wieder meinen Short geschlossen habe. War natürlich trotzdem eine schöne Bewegung von hier oben nach hier unten mit dem Gewinn. Aber es kamen dann Nachrichten rein und ihr seht es auch kurz darauf, gab auch dann, mein Indikator gab dann auch eine Long-Position an. Ich zeige es euch hier mal kurz für alle XRP-Fanboys, sind das natürlich gute Nachrichten. Und zwar geht es um Coinbase und Coinbase hat jetzt die Genehmigung, dass sie als Custody-Händler auch wirklich auftreten dürfen. Das heißt, dass sie für, vereinfacht gesagt, für größere Investitionen und auch alle anderen Kunden die Coins halten dürfen als Insicherheit. Also nicht, dass ihr das dann auf eurem Wallet habt, sondern dass die das dort haben und hier das Ganze aber auch abgesichert. Das heißt, die haben eine richtige Lösung gefunden, damit das Ganze auch sicher ist. Das grob gesagt, dafür haben sie die Erlaubnis bekommen. Und da sind verschiedene Coins erwähnt worden, insbesondere Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic und dann XRP. Gibt es ja aktuell noch nicht auf Coinbase und Litecoin. Das heißt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit immer noch gering ist, dass XRP auf Coinbase kommt, gibt es dem Ganzen hier wieder Hoffnung. Weil bei XRP ist ja das große Thema, ob es eine Sicherheit ist, eine Security, ob es dann auf die Plattform kommt. Erst wenn das gelöst wird, kann es auch wirklich auf diese Plattform kommen. Aber zumindest haben sie auch eine Genehmigung, hier als Custody-Händler mit XRP aufzutreten. Also das ist natürlich eine sehr positive Nachricht für XRP, weil das bedeuten kann, nicht muss, dass XRP auf Coinbase gelistet wird. Wann, in welchem Zeithorizont, wissen wir nicht. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall mit dabei. Und dementsprechend war das natürlich eine sehr positive Nachricht. Und da habe ich natürlich direkt erstmal den Shot geschlossen, weil ich dann Sorge hatte, dass es bei XRP, muss man vorsichtig sein, dass es dann komplett in die andere Richtung schießt. Und da habe ich zum Glück recht behalten, weil hier seht ihr dann, wie es dann blitzschnell wieder nach oben ging. Das eigentliche Ziel war hier im Bereich 7.000 ungefähr. Und da sind wir dann zack, schnurstracks durchgebrochen bis sogar 7.400 hier. Und jetzt zetteln wir uns wieder auf dem, was vorher der Wienerstein war, ist jetzt gerade Support. 7.125, 7.150 so in dem Bereich zeigt sich jetzt als Support. Aber jetzt ist mit dieser News halt für mich zum Beispiel auch das ein bisschen zu schwierig, das einzuordnen. Klar, wenn der Support hier hält, kann es weiter nach oben gehen. Das wäre dann der positive Verlauf. Aber dann vielleicht haben es nur die Nachrichten nach oben getrieben. Deswegen bin ich jetzt hier an der Stelle etwas vorsichtiger, was das angeht. Und dann haben wir Neo, den haben wir uns ja auch letztens angeguckt und haben ja gesagt, wir müssen, sehr wahrscheinlich werden wir jetzt den Support-Bereich, den wir hier hatten, 271.000 sehen wir hier. Den werden wir jetzt antesten von unten und genau das ist auch passiert. Wir sehen hier den Test, 270.000. Von daher ging es wieder ein bisschen nach unten und hat den Support, der auch schon hier vorher eingezeichnet war, respektiert. Hat den immer wieder gehalten, was natürlich eine positive Nachricht erstmal ist, dass der Support hier hält. Je länger der Support hält, desto besser wird es dann auch, dass wir uns hier weiter nach oben orientieren können und dann möglicherweise auch Richtung Trendlinie 280.000 uns bewegen. Wir sind jetzt gerade in so einem genauen Zwischendingen, deswegen ist es hier, würde ich eher Vorsicht halten lassen. Wir sind genau am Support, das heißt, wenn, dann würde ich wirklich nah am Support kaufen. Das Stop dann auch relativ nah hinsetzen. Wir haben hier 200, ja, dann würde ich 249, das ist sogar schon zu tief, 250.000 so in den Bereich dann in Stop setzen. Da hat man wirklich kleinen Verlust nach unten, jedenfalls es nach unten geht und kann aber die Bewegung mit nach oben mitnehmen. Und ein, ja, ein Coin, der über den sehr viel geredet wurde, zumindest auf Twitter und so weiter in den letzten Wochen, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Und ihr seht es jetzt hier auch in der Bewegung, wir sind in einem Kanal, sind immer wieder oben dran an die Trendlinie, sind wieder unten dran, haben dann hier eine schöne Bewegung hoch gehabt natürlich, aber von hier aus gab es auch keinen wirklichen Durchbruch, wurde unterhalb der Trendlinie geschlossen, die Kerze, und von da aus ging es dann auch wieder nach unten hin. Und dann seht ihr hier den Support, den ich dann vor ein paar Tagen hier eingezeichnet habe, in diesem Seitwärtsbereich. Genau da sind wir jetzt, das ist dann nämlich dann eher wieder eine gute Position, um zu kaufen. Ihr seht, der Indikator hat sogar auch eine Long-Position angegeben, ich wäre noch ein bisschen vorsichtig, ob es nicht vielleicht noch hier hinkommt, aber so in dem Bereich wäre zumindest eine gute Position, was Chance und Risiko angeht wieder, weil wenn wir hier drunter fallen, klar, kann man das Stopp wieder sehr nahe setzen. Ich meine, wir haben jetzt hier den Support so 10.100 ungefähr, kann man den Stopp wieder sehr nahe setzen, zum Beispiel 9.999 und hat aber die Bewegung bis hier oben hin als erstes, 11.300, 11.400 und mit dem Durchbruch würde es sogar noch höher gehen. Deswegen ist das eine gute Position, was wieder Chance und Risiko angeht. Noch besser wäre das hier unten an der Trendlinie, da sind wir aber dann schon im Bereich 9.700. Also das sind so zwei Positionen, wo man dann wieder die Gegenbewegungen mitnehmen würde. Also schaut, dass von hier aus der Support den Kurs wieder nach oben drückt und man dann hier die Aufwärtsbewegungen mitnehmen kann. Ansonsten ICX aber noch komplett in diesem Channel immer wieder hoch und runter und ist noch nicht wirklich, dass es groß ausbricht. Ich habe auch immer Sorge, wenn es so, so viele Leute auf Twitter posten, dann habe ich auch immer die Sorge, ob das denn dann auch wirklich noch passiert, weil wenn es so viele wissen, dann passiert es natürlich meistens nicht. Das soll es soweit gewesen sein vom Cointrend heute schon. Ich hoffe, bei euch läuft alles gut, was das Trading angeht. Wir haben jetzt schon wieder die Mitte der Woche rum und demnächst kommen auch wieder ein paar andere Videos, was Nachrichten und so weiter angeht. Da gibt es ein paar ganz interessante Sachen. Wie gesagt, morgen 19 Uhr die Talkshow und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also macht es gut, bis dahin.